Das Wort Krise ist aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst. Wie weit ist ein Neuanfang gekommen? Nehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, das Selbst in die Hand. Gründet mit uns zusammen einen neuen Staat. Warum sind Sie hier? Was lassen Sie zurück? Ich finde, die Welt da draußen ist sehr lieblos geworden. Ich muss untertauern. Haben Sie physische oder psychische Beschwerden? Waren Sie jemals an terroristischen Aktivitäten oder an Völkermord beteiligt? Feiern! Feiern! Wir haben uns abgenabelt von der Krise, von der Übermacht des Geldes. Ich bin aus Überzeugung. Wozu brauchen Sie das Gewehr? Kein Berührung. Da draußen, da war Rückschrift. Die Zukunft, die war bei uns. Eine richtige Familie, eine große Familie. Vor allem unglaublich viel Liebe. Deswegen werden wir jetzt mit Produktionsabende stattfinden lassen, in denen wir Nachwuchs generieren. Sex, Zwang, Essensmangel. Es gibt jede Menge Anträge und noch viel mehr Probleme, die sich hier langsam aber sicher abzeichnen. Menschen brauchen Führung. Die Leitung von Freiland sollte gewählt werden. Eine Vaterfigur. Das ist verraten. Ein Mann, zu dem Sie aufschauen können. Du willst sagen, ich schau! Da! Einen persönlichen Jesus. Wir gründen meinen Start. Sie beide jetzt, oder? Da kommt sicher noch der eine oder andere.